Kaum ist die Sonne da, kaum haben wir bessere Temperaturen. Man hat sofort Sommergefühle. Ich muss schon zugeben, ein bisschen frisch ist es mir schon, aber wenn man so schöne Ware sieht, dann geht es uns allen gut. Ich zeige euch tolle Hosen. Diese Hosen, die kennt ihr schon. Wir nennen die als Kofferhose, Kofferkleidung. Das ist einfache Schlupfhose mit Bündchen und dazu passende Oberteile. Man sieht diese Farbkombinationen bei mir, Royal Blau und diese weiteren drei Farben. Im Grunde genommen, das Teil wird sicherlich passen bis zur Größe 42. Hose schätze ich auch 40, 42. Hose 39 Euro und Oberteil 29 Euro. Ihr habt diese schicke Schuhe. Schaut euch das an. Die schauen wirklich grossartig aus. Für 39 Euro. Aber ich zeige euch, wenn sie kurz mit mir kommt. Wir könnten sicherlich zu diesem Outfit auch sowas natürlich kombinieren. Für 45 Euro eine schöne lässige Weste. Aber genauso sind auch weitere Snickers, beziehungsweise das wäre auch natürlich ganz toll, auch ein bisschen mit Beige versetzt. Das sind Snickers für 89, 85 Euro. Das heißt meine Lieben, lasst euch inspirieren. Kommt sie zu uns, holt sie euch, weil das finde ich ist richtig ein Outfit mit auch Stockholschuh. Wird sicherlich ganz doll ausschauen. Eine schönere, elegante Jacke. Und man sieht auch diese Farbschämen, die da entstehen, wo wir mit schwarzen Schuhen, aber genauso auch mit beigen Schuhen großartig unterwegs sind. Alles Liebe und bis bald. Ciao. Ciao.